Hallo Leute, willkommen zurück zu Pikmin 4. Hallo alle, ich bin Linguistisch und willkommen zurück in unserem Deutsch-English-Playthrough von Pikmin 4. Dort gehen wir diesen Mann, Louis. Hau ab, geh raus. Und er läuft weg. Und er geht weg. Natürlich. Wie lange wird er denn noch auf Zeit spielen? Wie lange wird er noch spielen? Nein, die Rettungskruhe geht so schnell nicht auf. Das ist nicht wichtig. Die Rettungskruhe ist nicht so schnell. Wir werden Ochin heilen, was wolle. Wir werden Ochin heilen, egal was. Und das versuchen wir. Das ist das, was wir versuchen. Wir müssen Louis folgen, um ein Cell Sample zu bekommen. Von der dog, dass er Freunde mit ist. Wir werden versuchen, Ochin zu heilen. Oh man, das Cave, though. So wir sind halbwegs durch. Und da ist so viel zu tun. Und da sind so viele Bösses hier. Das wir haben zu kämpfen. Es ist all Kreaturen und Bösses we face before, aber da sind 3 von ihnen at a time. Und es ist ein bisschen schwierig. Wie Sie sehen, wie wir mit dem number von Pikmin verloren haben, die wir verloren haben. Wir haben angefangen mit 100. Jetzt sind wir 64. Wir hatten 100 Pikmin. Jetzt haben wir nur 64. Also ein Verlust von 36 Pikmin. Loss was ja sehr traurig ist. Es ist sehr sad. Also ich versuche die hier von einander fern zu halten. Trying to kind of keep make these guys keep their distance from each other. Otherwise we could end up with trouble where we're trying to attack one the other one's trying to eat us. Ah, it's a mess. Aber wir kriegen es schon hin. We are getting it. we are making it happen. Jetzt müssen wir nur alle Schätze sammeln und dann können wir weitergehen. Gotta gather all the treasures. We'll keep going on. Schatz eingesammelt, Schatz eingesammelt, Schatz eingesammelt. Cool. Gefühlvolle Künstler komplett. So, a feeling full of artist artist full of feeling. Got all of those in that series. Okay, checken wir haben 100%. Also, wir können weitergehen. Und wir haben kein einziges Pikmin verloren. We didn't lose a single Pikmin which is great. Awesome. That's what we want to see. That's the way we want it to keep going. It's a lot better than the first half. That happened last episode. So, yeah, if you haven't seen last episode, then go watch it. Unless Pikmin deaths bother you. Like, they bother me. Na ja. Okay. Weiter geht's. Wir können mehr Flügel Pikmin bekommen. oder nein, nicht Flügel Pikmin, lila Pikmin. Die schmetterlinge, die wir... Oh. No, I wasn't actually trying to do that. Um, I guess... I guess... Who do we want to swap out? Um... I'm guessing the blues. The blues are a little less fancy. Trying to get the butterflies with the purple ones always feels like chasing a fly with a hammer. Like... are there actually treasures here? I don't know. This is nice and peaceful here at any rate. okay. Vielleicht müssen wir hier rein durch den Tunnel. Oh, wie schön. Und komisch. So pretty. The beautiful work of art that doesn't feel like it really belongs here. Of course that's some of the fun of Pikmin. Just the strange treasures we find. Venus de Milo, ladies and gentlemen, I believe. Neuen shots eingesammelt. Okay. Nice. I approve of that. A sort of nice, calm, peaceful level. give us a little bit of a break slash false sense of security. Ja, es gefällt mir. Ein ruhiges Level, wo alles sehr einfach ist. Sphärische Musik und ja, alles sehr schön. Und jetzt Zeit für noch einen großen Boss Gegner. Okay. Wir müssen einfach durchgehen. Just gotta go through. Nothing else to do about that. Ich will das glibber zuerst entfernen. I think that's the play. Without letting him get too close to us though. Get rid of that. Get rid of the poison. We wollen kein glibber. Wir wollen kein gift. Nope, no, no. That's not what I wanted. Okay, komm her, komm her. Hm, 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 hm. gotta lure him out of the way. That's what we gotta do. That's right, keep following me. Eyes on me, not on my Pikmin. No, no, no. I tried to call you. No. okay, feel like that one wasn't on me. I feel like that was the Pikmin not obeying me. Y'all are with me, right? not it とう it out to Okay, jetzt geht's los. No. Every time he licks, every time, I'm so scared that he's going to, that he's going to swallow over Pikmin. Boy, this game has never been so stressful. Ich glaube nicht, dass es irgendetwas hier in diesen Goldklubben gibt. Ich glaube nicht, dass es nichts wirklich in da ist. Okay, 100%. Ja, wir haben noch ein Pikmin verloren. We did lose another Pikmin. Ah, the Pikmin. Pikmin, follow orders, follow orders. It's for your own good. I tried to call you back. Ich hab's versucht. Ah, ich hab's versucht. Okay. See if any of the Pikmin need a little help of blooming and oh my goodness. Wow, das ist ja viele. Wie viele Pikmin, wie viele Monster ist das eigentlich? Wie soll ich das hier machen? Vielleicht so. Ich erledige die Kleineren zuerst. So I'm going to take care of the little ones first. Dann Der Große. Ah, ein bisschen zu früh. Und ein bisschen zu spät. Okay, noch einmal. One more time. Das Timing. Das Timing. Alright, we're still not getting it, like, perfect. But we are getting fewer losses of Pikmin than in the first half. So I'm going to count that as a win. Hmm, hmm, hmm. Ich muss warten. Cool. Das war alles. wir haben alles gefunden jetzt eben eine 15 so now level 15 level 15 so ja so we lost what 36 pikmin in our first 10-ish levels and now in the next 5-ish we've lost 2 we're okay with that we're okay with that you guys are really annoying we're on to him we're um i think that's we're catching up to him we're on to the deepest level of this cave soon there's water everywhere i kind of hate to turn my my fancy pikmin into water ones but maybe that's a good idea vielleicht ist das doch eine gute idee ich habe zu viele pikmin verloren also ist alles schwieriger jetzt oh boy oh boy oh boy Aber ich will ihn nur mit diesen neuen blauen Pikmin besiegen. Might be a dumb idea, but I kind of want to just beat him with only these nine blue ones. Well, that doesn't help. Langsam, aber sicher. Slowly, but surely. Oh, hier. Hier gibt's aber nicht viel Wasser. There's not a lot of water here. Also, ich kann andere Pikmin einsetzen. Oh-oh, oh-oh, oh-oh. Nein, unsere Pikmin. Alright, fine. Fine, we're gonna turn back time. We're gonna turn back time. Fine, fine, fine. Start der Ebene. I admit defeat. I admit defeat. It's too many lost. Alright, we're gonna do it the smarter way. We're gonna change some of our Pikmin for blue. And we're gonna trust the game developers that when we need our other Pikmin again, we'll be able to get them. Hear that, game developers? I am trusting in you. And we'll... ghost some of these as well. Well... Okay, also jetzt haben wir neunzehn blaue Pikmin. Nineteen blue Pikmin. Should be a little bit easier now, I think. Oh, ernsthaft. Sie wurden zerquetscht? Oh, Mann, ey. Ah, das hier ist so tof. Ah. Ah, das hat geholfen. Ugh, fine, we'll choose it. Oh, actually... Um... Schaubene nitsi. Yes. Oh, that's not what I meant to do. Oh. 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 Wo ist Orchín? Wo ist Orchín? Rauche ja, Orchín. Oh, boy. Die Batterieleistung lässt nach. Auf jeden Fall haben wir viele Schätze gefunden. At least we found a lot of treasures. Oh, okay. Okay. Alle Schätze, alle Schätze. Alle Schätze. All the treasures. Okay. Oh, my goodness. Oh, my goodness. Meine Güte. Ich glaube, das ist das schwerste Teil des Spiels für mich. I think this will be the hardest place in the game for me. Es gibt so viel los. Und alles ist chaotisch und... Ja. Oh, toll. Er ist zurück. Great, he's back. Oh, es gibt zwei davon. Ähm... Und wir haben ihn durch Gravitationswellen besiegt. Stimmt das? Ja, das stimmt. Oh, 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 oh. Ja, alles ist schwerer, wenn es zwei Bosse gibt. Everything's worse, wenn there's multiple Bosses. I am trying to make... I was trying to throw the purple Pikmin. What do you think I was trying to do? I was clearly throwing purple Pikmin. Es hat nichts getan. Entschuldigung, dass ich sauer werde. Sorry, I'm getting... Sorry, but... This, this area, this area. Niemals habe ich so viele Pikmin verloren. Never, never, never. Ah, schöne Erinnerungen. Hm, will ich mehr lila Pikmin haben? Na, schön. Ob das ein Fehler war? I wonder if that was a mistake. I have so many of the purple ones now. Oh, well. Nothing to do but keep going forward. Forward. Fahren wir fort. 80%. Ah, wir sind fast da. Almost there. Was werden wir wohl hier finden? Oh... Oh... Ah... Ah... Oh... Die Große. Oh! Ooh, 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 oh, ooh... Essek. Oh, oh, oh... Okay. Oh, oh, oh... Mhm, Zeit zurückdrehen. Okay. Schaffen wir das? Schaffen wir das? Das müssen wir schaffen können. Hm, alright. Items? Seems possible. It doesn't react. Um, I mean, really, that's fine. Really, that's fine. Okay, ich versuche, das hier strategisch zu tun. Trying to do this carefully. Believe it or not. Ich glaube, das können wir eigentlich schaffen. I think we can actually get this. Gott sei Dank. Oh, meine Güte. I'm gonna call my Pikmin back because it'd be really, really dumb if too many of my guys got eaten by the little ones. Okay, endlich. Ah, wir haben es geschafft. Wir haben die äcklige Königin der Käfer besiegt. Wir beat the, uh, the gross, icky monster queen, bug queen. Took a few tries, but we did get it. Took some work. And through some judicious, uh, leuchtsamen use, we, uh, we're back at, at 75. Fünfundsiebzig. Okay. Ebene 18. Wow. Das hier ist alles schwierig geworden. All got hard. All right, before I change anything out, I just want to see what we're dealing with here. Oh, ich habe nur, nur eine Steinbombe. Nur eine Bombe. Okay. Huh. Komisch. We didn't even, uh, end up needing blue ones. At all. Maybe I should have switched some, but we didn't end up needing them. Makes me wonder if I need them for a future level. Oh, I don't think it would do that to me, though. We'll just add Ochien for that. If we made it through this one without the blues, I think we'll see if we can squeak by in the next one, too. I'm just loathe to trade in too many of my purples, because we're trying to save up and get more purples, actually. to be able to get the gold bar. Es gibt einen gold bar und, uh, den möchten wir sammeln. Es ist ein Schatz da oben. Im Oberwelt, in der, auf der Oberwelt. So, in the overworld, there is a Oha, jetzt brauchen wir mehr. Now, it does actually look like we kind of want more blues. Oh, lots of different kinds now. That's kind of cool. Oh, I can actually trans can I change globe once into other kinds? That's cool. It's not the best feeling trade, but, um, but I could use them for right now, so. That's kind of cool that that's an option. I brauche zwei Pikmin. Zwei blaue Pikmin. Ups. Komt her, blaue Pikmin. We're here, blaue uh, blue Pikmin. Oh, okay. Okay, I feel like I'm supposed to, like, get a balanced troop of Pikmin right now, but I don't know what, uh, who I should have or how. Makes me wish I knew what was going to happen in the next, uh, in the next level. That would be really helpful. I think we'll just keep our same strange team because I don't have the wherewithal to, uh, to know what a better strategic choice would be. Okay, let's go. Ebena 20. Alright, level 20. Das sollte die letzte Ebene sein. That ought to be the last level. Die letzte Ebene. Eine Person und ein Schatz hier. So there's one person and one treasure. Es ist Louis. Folge Louis und dem Hund. Follow Louis and the dog. Es gibt keinen Ort mehr, an dem du dich noch verstecken könntest, Louis. Bitte gib jetzt einfach auf. There's no place more where you can hide, Louis. Please just give up. Wo ist der Hund? Jetzt rück schon heraus mit der Sprache. Wo ist der Hund? Wo ist der Hund? Just say it. Like, you know, just talk. Warte diesen Hund, können wir unseren Occhin nicht heilen. Without this dog, we can't heal our Occhin. Ja? Buh. Verzieht euch, get out of here. Oh, die Augen. Ja, da ist der Hund. There's the dog. Da ist der Hund. Er ist ja extrem flauschig. He's very flauschig. Und seine Augen, na das? Oh, that's creepy. Halt den Hund auf. All right, stop the dog. Er hat seinen Schwanz gesenkt. Er zeigt seinen Bauch. He's showing his belly. Ich habe ein ungutes Gefühl bei der Sache. I've got a bad feeling. Oh, so, wir müssen ihn. Okay. Wir müssen ihn, äh, die Felsen rammen lassen. Und dann... Können wir seinen Bauch angreifen? Wir müssen ihn weg. Ja, schnell, weg da. Rick, wir müssen weg. Na ja. Das ist eigentlich leichter als die anderen Ebenen. Das ist eigentlich leichter als die anderen Ebenen. Das ist eigentlich leichter als die anderen Ebenen. Übereilung, hurry! Oh, come on, come on, come on, come on! There we go! Ziel auf den Schwanz des Hundes! Des, des Hundes, das muss ein Schwachpunkt sein! Und jetzt schnell handeln! Now we act quickly! Jetzt hast du ihn wohl sauer gemacht. Now you probably made him mad. Und ist er eisig? He's icy? Ähm, das könnte ein Problem sein. That could be a problem. Denn wir eigentlich keine Eispigment haben. Aber, okay, nein, es ist okay. Es passt, es ist working. I was thinking, it's like, oh no, did I need to switch and have Eispigment? Aber anscheinend nicht. Unwichtig. Er zeigt seinen Bauch. Hohohoho. Beinah. That was close. Er hat uns fast getroffen. Das hier ist eigentlich niedlich. Das ist süß. Voll süß. Oh, cute. Dude, you have to, you hit the dog, like, you get the dog to, to show his belly. Okay, now I'm wishing I had more, oh, Pikmin. Wishing I had more of the Pikmin. Oh, wir haben ein Pikmin verloren. We lost one Pikmin. Zwei Pikmin. Zwei Pikmin. Vier Pikmin. Okay. Letzlich geht's schlimmer. Suddenly, it's going a little bit worse, and... This is where I should have used some of those, gotten some of those yellow ones. Oh, wow. Oh, das ist gar nicht gut. Wir verlieren zu viele Pikminen. Oh, find die Kontrollen hier, too. Find diese Kontrollen. Vielleicht ist auch kein kleiner Fellknäuel. Was könnte man da machen? What can you do? All right, this is not working. Zeit zurückdrehen. All right, so we've got to do this part. over again? That's okay. We can do that. What do I do about the electric thing? So, we have trouble there, because the whole field of... There gets to just be too much. Oh, my goodness. Oh, my goodness. Okay, I've lost a few Pikmin. I lost one. Oh, my goodness. Gosh. Oh, my goodness. Oh, my goodness. Oh, my goodness. Das ist meine Frage. Ich kann es so machen. Und jetzt schnell handeln. Okay, wenn ich sie ramme, kann ich sie zerstören. Aber jedes Mal verliere ich einige Pikmin. Okay. Yes, die Leuchtpikmin. Sie sind immun. Oh. Oh, boy. Okay. Ich darf nur noch einmal. Just one more time. Oh. Er zeigt seinen Bauch. Okay, das war Phase 3. Feuer. Feuer. Toll. Oh. Boy, I tell you what. I really, uh, misread that. The, uh... Definitely should have switched out my Pikmin before. Definitely. That's on me. That's on me. Ah, that was some classic misreading of, uh, what the developers wanted you to do. Aber das kriegen wir schon. We're gonna get this. We're gonna get this. Uh. Oh, no, no... Oh, no, no, no. Oh, no. Okay, sind wir jetzt fertig, oder? Gibt es noch eine Phase? Ist da noch eine Phase? Leuchtet. Er ist grün und leuchtet. Wie? Der kann fliegen? Wann geht ihm frei? Das nenne ich Unfair. Ich nenne das Unfair. Okay, we got hit. We got hit, so we lost some progress on that one. Das wird besser next this month. Next time, it's going to be better. Daneben. Das war besser. That was better. This is a scary dog. That red stuff is terrifying. Ah, zu schnell. Aber immer noch okay. Still okay. Still okay. Still okay. Ich verliere so schnell die Pikmin jetzt. Könnten wir nur die Zeit zurückdrehen? Wenn wir nur die Zeit zurückdrehen können. Oh, er bewegt. Er bewegt. Okay, got no chance, no choice. Now we gotta turn the time back time. All right, let's find me newton. Okay. Let's do this. Machen, Bies. Okay, so weit, so gut. So far, so good. So far, so good. Oh, he almost got us there. Okay, geschafft. Oh, there's too much going on. Boy, I am so concentrated right now. Oh, hard to find things to say right now. Is this meant to be this hard? Ah, ah, ah. Oh, okay. Na, endlich. Ah, und seine Augen sind wieder normal. His eyes are back to normal. Oh, wir haben endlich gewonnen. Oh, meine Güte. War das schwer? Wow. Was für ein Kampf. What a battle. Oh. Oh, das ist süß. Louis? Oh. Oh. Oh, zum Glück. Ich glaube, es geht ihm gut. Oh. What luck. I think he's okay. Oh, was für ein Unruhstifter. Oh, what a troublemaker. Besser hätte ich es auch nicht sagen können. I couldn't say it better myself. Aber wo ist der riesige Hund? Where is the big dog? Oh. Weg. Der ist weg. Come on. Er muss entwischt sein. Er muss weg sein. Wie sollen wir Ochi denn jetzt heilen? Wie können wir jetzt heilen? Was ist das? Ah, das Halsband. Da. Der, äh, der, äh, der, äh, der, äh, der, äh, der Collar, der, äh, der, äh, der Neckband. Der Hund muss es verloren haben. Der Hund muss es verloren haben. Vielleicht finden wir darauf noch Haare. Vielleicht finden wir darauf noch Haare. Vielleicht finden wir da noch Haare. Dann könnte es uns doch noch gelingen, eine Medizin herzustellen. Maybe we, uh, then we could still manage to make medicine. Tja, wir dürfen keine Chance ungenutzt lassen. We can't leave any chance unused. Holt euch das Halsband und dann nichts wie raus. So go grab it and then let's, uh, let's, uh, nothing like getting out of here. Und vergesst nicht, Louis gut festzubinden für eine weitere Verfolgungsjagd. Fehlen mir die Nerven. And don't forget to, uh, tie Louis up tight and I don't have the nerves for another chase. Oh, ich auch nicht. Ich auch nicht. Oi. Mir fehlen auch die Nerven. Oh, wow. Ihr habt die Chefin gehört. Holen wir Louis hier raus. You heard the boss. Let's get Louis out of here. Oh, wow. Was für ein Kampf und die Levels. Wow, there's quite the battle and quite a lot of levels. My goodness. Okay, Louis, ein schweigsamer neuer Pilot und der geborene Unruherstifter hat einen gewaltigen und riesigfreudigen Appetit. A, uh, you know, quiet new pilot and a born troublemaker. Peace disturber. He's got a giant and, um, uh, risk, not, the opposite of risk averse. Like, happy with risks. His appetite. His appetite is big and, um, prone to taking risks. Man weiß nie, wozu er in der Lage ist. Wir müssen ihn wohl wirklich festbinden um sicher zu, sicher zu gehen. You never know what you're capable of. We should probably really tie him up to be safe. Gut, wir haben das Halsband und Louis Zeit, die Hülle zu verlassen und nach Hause zu kommen. Good, we've got the caller and Louis. Time to leave this cave and go back home. Ah, auf dem Halsband der riesigen Hundes haben wir Haare gefunden genug um Ochi zu heilen. Vielleicht kommt mir sogar die Idee für eine völlig neue Medizin. Heh heh heh. Alright, so on the collar of the giant dog, we've found hair. Enough to heal Ochi and maybe I'll even get ideas for completely new medicine. Heh heh heh. You know, there's a lot of ways that I would do that differently if I had it to do over, but I do not, so um we made it through. We made it through. Sometimes we make it with flying colors, sometimes by the skin of our teeth. A little bit more skin of the teeth today. Wow, war das viele Schätze. so many treasures. Alright, we're just gonna read the new ones. Sehr hier, moderne Lebensart. So, modern life. Geschenk der Freundschaft. The gift of friendship. Um, boy, those spikes don't look terribly friendly. Was noch? Guckfilter. So like the, the look, the looking, seeing filter. That's those funky sunglasses. Bindungsgenerator. So, a bonding generator. Maybe because you can attach to your switch, but maybe also because you can make Verbindungen. You can connect to other people. Erinnerungsfragment Mitte rechts. So, middle right Memory Fragment and we've gotten all of the Memory Fragments. Erinnerungsfragmente. Serie Geheimnisse der Antike. So, Secrets of Antiquity and Unvollendete Statue. The Unfinished Statue. We got the Kugel der Wünsche. The Ball of Wishes and thus the Heilige Kugel and the Holy Balls. Holy Balls. Erinnerungsfragment Neonschmere. Neon. What do we call that? We said smear. Grease. Erinnerungsfragment Gefühlvoller Künstler. So, that artist with full of feelings. Hand des Schicksals. We got the Hand of Fate and the Phoenix Talismans des Lebens. The Phoenix Talisman of Life. That awesome, awesome Hanafuda card. Gefühlvoller Musiker. Musician full of feeling. Automatic Harp with Schlaflied. The Automatic Harp with a Sleeping Song. Yeah, and that was the one that we said last time was from Mario 64 with the Piranha Plants. Mehrdeutige Schmiere. Mehrdeutig. I think that's like multiple meanings. Ambiguous or equivocal. Ambiguous. And then as long as we've got this open we can look at Schmiere. See what we said before. Grease. Yeah, we're also paint. Okay. Let's go. Let's finish. Oh, 61 Pikmin verloren. Meine guta. Lost 61 Pikmin. Can you believe that? You know, we're going to stop this episode here. It has gone on long enough and there's been enough like stress. So, stopping here. We'll pick up here tomorrow or next time and go further. Okay, Leute. Macht's gut. Want to yeah, take care of yourselves. I'm going to take some deep breaths and I'll come back ready for more next time. Geh Leute. Macht's gut. Ciao.